Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Beam and Drive Und ja, heute haben wir mal wieder eine neue Mod, eine neue Mod, die von einem Zuschauer requested oder die er sogar selbst gemacht hat Und zwar wie immer die Getestetout links unten in der Videobeschreibung Snirics oder Snirics Test Parcours This was very nice to smash crash and test your vehicle You can have lots of fun with this map and if you want to test it out Ja, gut, dann wollen wir mal anfangen Und gucken, was uns denn diese Map so zu bieten hat Ich bin sehr gespannt Und William täuscht mich hier Nein, ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass wir da auf jeden Fall so Spaß drauf haben werden Und ja, gut Mir steht nur gut schlauten und dann ist alles gut Übrigens, ähm, das war ja letztens bis am Freitag war ja der Beam and Drive Stream Falls ihr den verpasst habt, einfach, ne, ähm, ich werde das noch hochladen Oh, das sieht schon mal cool aus Ich werde den Stream hochladen heute, beziehungsweise am Sonntag war LSP4 Stream, den Stream werde ich auch noch hochladen Und ähm, ich werde jetzt versuchen, jede Woche zu streamen, mindestens einmal Und ich denke, wir werden vielleicht Dienstag oder Mittwoch streamen Vielleicht Rocket League oder so, oder vielleicht mal wieder Beam and Drive Und falls ihr da auf jeden Fall mitmachen wollt, guckt erstens Also könnt ihr einerseits unten in der Beschreibung Ist der Link zu Twitch Livestream Da könnt ihr einfach kurz followen Und dann werdet ihr immer per E-Mail benachrichtigt, wenn ich live gehe Oder ihr guckt immer wieder auf den Kanal Ich lade auch ein Video hoch und kündige das eigentlich immer an Ich weiß nicht, ob ich immer davor ein Video hochlade Auf jeden Fall, wenn ich live bin, ist immer genau da ein Video da Und, ähm, ja, ich versuche das auf jeden Fall zu etablieren Und würde mich freuen, wenn ihr auch mal wieder dabei seid beim Livestream So, auf jeden Fall, welchen Wagen nehmen wir denn zuerst? Das ist eine gute Frage Ich glaube, wir nehmen die 50 Mini, ne? Ja, Short Bad, finde ich gut Nehmen wir die Offroad-Variante Und wollen mal kurz hier einmal fliegen Ui, die sieht doch schon mal cool aus, die mei Ah, cool, die Teile Die habe ich ewig nicht mehr gesehen Modspot, Great Maps, Vehicles, Ingame, Terran Editor, Lewis, Scripting, Massive, Realistic Driving Experience Und das hat man schon Powerful and Realistic Physics Engine And a growing roster of vehicles with Realistic and Valiant Unlinked Planet Vouchers, Galia, Wies, Esmarschons Demolition Und weiter geht's nicht Gut, ja, finde ich cool, dass ihr die Teile habt Und dann wollen wir mal gleich mal los von unserem Mini Cab Fahr mal gleich hier drauf zu, das sieht böse aus Uuu Ja Das zerstört schon mal den Wagen sehr schön Na, der braucht noch einen schönen Screenshot Das muss sein, Leute Boah, die Map ist krass Also die sieht jetzt schon ziemlich, ziemlich krass aus Hier Hey, ich finde noch kein gutes Screenshot Vielleicht finden wir noch einen Hier haben wir so Windhörner Und das wird den schon rippen, oder? Den Wagen Ja, ziemlich zerstören Gut, ich reloade jetzt einfach mal hier, damit wir die Sachen besser testen können Ui, das sieht ja auch schon mal frisch aus, ne? Das schaffen wir nicht, das ist so viel zu... Was wir schaffen denn? Das ist unverdient Oh, okay, man sollte vielleicht das First Person machen Dann sieht man auch besser, wo man langfährt Das schaffen wir jetzt aber nicht Vielleicht doch Oder? Wir schauen uns echt durch Zwar mit Crash, aber wir haben es durch geschafft Oh, wird das verwirrend Vor allem mit den Spiegelungen auf dem Glas Wir haben es aber durch geschafft Krass, hätte ich nicht mitgerechnet Können wir überschlagen das? Nein Das war kein Überschlag Riesenrampe hier vor uns Da können wir links Können wir auf die Rampe drauf fahren So Gut Einmal nach rechts Wo ist das Steam Overlay? Steam Overlay funktioniert nicht So Das ist einmal Raviati drauf Brauchen wir auf jeden Fall was Starkes, um da hochzukommen Okay So Jetzt geht das besser hoch Wie hoch geht das? Ach so geht Wäre es jetzt zu viel, hätte ich übersprungen Hätte ich den Wagen einfach hoch teleportiert Aber so geht das ja dann So Boah Boah Der Wagen hat auf jeden Fall einiges an Leistung hier Komm, komm, komm Und der Grip muss da sein Und der Grip muss da sein Sonst rutscht er einfach wirklich wieder zurück Weil ich meine, hier ist ja nicht grad wenig Steigung da Das war jetzt zum Beispiel da auf stehen zu bleiben Komm, zieh dich hoch, zieh dich hoch, zieh dich hoch Ähm, jetzt will ich dann gegen crashen Das war jetzt nicht zu doll So So Gleich müssen wir da sein Auf jeden Fall krasse Spirale hier hoch So So Gut runter und dann wollen wir mal vorhin die steine krachen bisschen schräg für den maximalen effekt ja so ok auf die map kann man sein auto echt hart schrotten das ist schon mal klar ich will einfach mal links runter fahren naja kann passieren ich will mal links unterfahren das kann uns nicht warum auch wahrscheinlich irgendwie im boden kann uns nicht warum auch ich will mal ok das wasser und das ist bestimmt die physik entsprechend zu packen nein perfekt weil ich wollte nämlich sowieso nicht aus wasser ich wollte doch noch lange tun hat aber gut ausgehalten hat er ganz gut ausgaben kann das kraft machen ich habe das ja eigentlich wieder hoch zu fahren erstmal schlafen zu bremsen jetzt ohne überschlag okay so viel zum ohne überschlag oh gott noch schlafen ist ganz gut durch aber jetzt wird er nicht zerstört da voll vergessen auf die uhr zu gucken und jetzt mit gleich überschlag gleich mit überschlag straßenlaternen und so was geht es denn hier ok da muss man ok strecke in der luft sieht schon mal interessant aus aber sieht mir eher so aus als wenn wir falsch rum fahren nach unten ist auch nicht so gut und tschüss so also es tut mir leid falls die folge kürzer wird ich habe keine ahnung wie weit wir sind ne so wollen wir mal den wagen nach links bringen links 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 ohne überschlag und da ist der überschlag und die laterne aber gleich vorne gefangen ist eine gute idee das hätte man mich ein bisschen schräg jumpen überschlag nicht gut aber nein zu früh eingelegt als hätten wir das ohne damage raus geschafft und es ist nicht ich habe den starten gelesen es hätte wenig sinn gemacht hier ein jump und kritiker geschlagen und wir haben es erst mal von der rumpel runter geschossen so dahinten haben wir noch mal treppen ziemlich breit und wir versuchen jetzt auf zu jumpen auch keine gute idee gewesen nein oh shit ja tschüss 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 leben das war schön und nicht grand marshall nein auch nicht grand marshall t50 mini sub mini sub ein mini pickup so jetzt mal nochmal hier wo man rechts die rampe nehmen oh gott shit da habe ich ein bisschen zu spät dagegen gelenkt komm wir können noch gegen nein rückwärts nein und jetzt knallen wir auch noch im überschlag gegen aber knallt nur seitlich gegen und nicht mit dem dach sonst wäre das ziemlich bild ausgegangen so hier rechts ich will die rampe kriegen ah nein nicht schon wieder da ist der wagen schrott achse hinten halb rausgerissen so nein bremsen nein nein nicht schon wieder jetzt müssen wir ihn fangen jetzt müssen wir ihn fangen haben wir ich wollte nur die heckklappe aufmachen Leute alles ruhig alles geplant und ein bisschen belüftung hinzuschaffen hier gebe ich jetzt kein gas sonst ist es zu schnell wir brennen sogar lieber jetzt hoch und voll gegen nicht gut nicht gut ich glaube ein bisschen kaputt der wagen und wo fahren wir an ans wasser will ich nochmal ans wasser schaffen wir uns ans wasser ohne kaputt zu gehen ok wir können erstmal als challenge machen hier runter zu kommen ohne kaputt zu gehen gerade ganz gut will ich es machen jetzt gibt es den überschlag oh shit und ach gut festgehalten hältst du dich fest halte dich fest wir kommen um dir zu helfen irgendwann eigentlich nicht jemand kommt du wirst jetzt erinnern dich verrecken viel spaß vor allem da kann man ja auch nicht aussteigen wenn man da aussteigt na wobei doch kann man vielleicht ist die frage wie rutschig das ist wenn man da aussteigt kann es sein dass man weg rutscht an der runde fällt beziehungsweise rutscht ich glaube geschwindigkeit ist hier der schlüssel um hier gesund runter zu kommen aber da ist ein baum der begrüßt uns mit seinen vielen armen aber das gefällt mir nicht so ähm 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 da links na wobei ne hier machen wir es da können wir vorbei können auch einfach durch durch die maschine hier fahren so haben wir doch sicherlich geschafft jetzt darf der jump drüber perfekt motorhaube wirst du beschädigt aber sonst geht es uns doch grandios jetzt hier noch ausweichen perfekt so muss das sein das war alles so soll das von anfang an sein jetzt was haben wir denn da unten no rent und jetzt schräg rein wobei ok das war nicht geplant das hat nämlich gar nichts gemacht muss man da hochfahren dann kann man da also hochfahren und teleportieren dann kann man auch so hoch guck dir hier mal diese Traktion dieses wagens an das ist so abnormal der fährt so locker hier hoch ah das ist einfach mega steil da kommen jetzt ein bisschen die Traktionsprobleme also hinter uns guck dich das an da schon was von der Achterbahn ok die kommt hoch 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 so das ist dann der schwarzste was wir heute machen kann ich hier weiter oder bin ich dann tot dann bin ich tot so das letzte was wir heute machen hier runter fahren und was wollen wir nehmen nimm mal die Rampen die sonst nicht nimm sie schräg so gut ja das war's auf jeden Fall schon mit dieser Folge downlink zu der Map ist natürlich unten in der Videobeschreibung ich finde sie ganz cool wir werden in der nächsten Folge uns dann aber wieder erstmal den neuen Autos das wird man dies hier gibt ich hab jetzt noch extra dazwischen geschoben aber danach können wir nochmal hier auf die Map gehen gut ich bedanke mich für die ganze Zeit auf Twitch zu gucken oder wenn ihr live stream seht oder so was auch immer naja bis dann ciao